Herzlich willkommen bei einer neuen Meditation und heute schauen wir mal, dass wir ganz klar mit alten Gedanken und Gefühlen aufräumen, dass du auch erkennen kannst, was sind denn alte Gedanken und Gefühle, die dich womöglich auch noch behindern und dich festhalten. Und wir werden da gleich mal rein starten. Schließe einfach mal deine Augen und atme mal tief ein und wieder aus. Und tief ein und wieder aus und erlaube dir jetzt mal mit dem nächsten Atemzug bewusst Klarheit einzuatmen, Klarheit einzuatmen. Und diese Klarheit führt dich tiefer in deine Wirklichkeit und noch tiefer in deine Entspannung rein. Und was da ganz, ganz wesentlich ist, bei dieser Klarheit, in dir taucht jetzt eine Situation auf, das kann vielleicht heute gewesen sein, am heutigen Tag oder gestern was gewesen sein, in jüngerer Vergangenheit, wo das, was du gelebt hast und erlebt hast, ganz anders als dein Gefühl war. Wenn du zum Beispiel das Gefühl hast, ich bin müde und erschöpft oder ich bin kraftlos und dann hast du trotzdem an diesem Tag ganz viel geschafft. Oder du warst nervös vor einer Situation, hast Angst gehabt und hast dann diese Situation bravourös gemeistert. Oder du hast dir Sorgen gemacht, dass du vielleicht keine Möglichkeiten bekommst, keine Chancen bekommst und dann aber haben sich ganz viele Möglichkeiten, Chancen auf einmal ergeben. Also dort, wo dein Gefühl völlig dem dann widersprochen hat, was du dann erlebt hast. Lass mal diese Situation jetzt in dir aufsteigen. Und alle diese Ängste, alle deine Ängste und Sorgen, du kannst dir das wirklich vorstellen, Angst ist die Annahme, dass negative Gedanken sind Tatsachen. Angst heißt, die Annahme, negative Gedanken sind Tatsachen. Das bedeutet Angst. Die Annahme, negative Gedanken sind Tatsachen. Und definier die Angst ab heute so. Sieh wirklich das Wort Angst vor dir. In großem Buchstaben Angst. Vor was hast du Angst? Vor wo bist du unsicher gewesen? Die Annahme, negative, also A wie Annahme, N wie negative, die wie Gedanken, es wie sind, Tatsachen. Angst bedeutet Annahme, negative Gedanken sind Tatsachen. Eine Tatsache ist ganz konkret, ist ganz klar, ist unverrückbar, ist ein Fakt. Negative Gedanken sind Tatsachen. Und jetzt schau einfach mal rund um dich herum. Komm mal ganz in deine Kraft. Schau mal, du hast ein Dach über dem Kopf. Es geht dir gut. Und auch wenn du jetzt mir zuhörst, leistest du dir gerade einen Therapeuten, einen Energetiker. Und wenn du dir das leisten kannst, dann kann es dir nicht so schlecht gehen. Und erlaube dir jetzt mal, aus dieser sicheren Situation raus, wo du jetzt gerade bist, deine negativen Gedanken zu erkennen. Vielleicht machst du dir zu viel Sorgen um deine Gesundheit, um finanzielle Dinge, um Beziehungsdinge, um Arbeitskolleginnen oder um deine Arbeit selbst. Egal wo du feststeckst, egal wo du das Gefühl hast, nicht weiterzukommen. Und dann erlaube dir einfach mal, all das hinter dir zu lassen. Und nachdem du gerade hier bist, in dieser Klarheit, kommen durch die Klarheit auch Helfer und Führer zu dir. Helfer und Führer, die diese negativen Gedanken transformieren. Die deinen Selbstboykott lösen. Und in dir wird Raum geschaffen. Und dieser Freiraum leuchtet und ist klar und gibt dir Kraft. Und auf der nächsten Ebene, dieser Transformation, werden nun sämtliche Ängste, die das Außen, das Umfeld, die Welt betreffen, gelöst. Die Welt geht unter, Klimakatastrophe, Krieg. Und du spürst, dass es auch im Außen gut ist. Und du spürst in deiner Klarheit, dass es dir immer gut gehen wird. Und egal, in welchen Umständen du bist. Du spürst, dass Frieden, Würde und Zufriedenheit immer Teil von deinem Leben sind. Und natürlich hast du in deinem Familiensystem Ahnen, die Krieg erlebt haben, die Krisen erlebt haben, die schwere Zeiten gehabt haben. Aber du hast in deinem Familiensystem, in deiner Ahnenlinie, auch Ahnen, die Leichtigkeit und Freude und Humor gelebt haben. Die geschickt waren in ihrem Leben. Und die waren deshalb geschickt und konnten sich was richten, weil du da bist. Du bist Beweis dafür, dass deine Ahnen was richtig gemacht haben. Und auch deine Kinder sind Beweis dafür, dass du schon was richtig gemacht hast. Wenn du schon Kinder hast. Aber du bist der Beweis. Dass da auch viel Lebensenergie und Kraft in deiner Ahnenlinie war. Und diese Lebensenergie und Kraft darf jetzt aktiviert werden. Die Lebensenergie und Kraft aus deiner Ahnenlinie darf jetzt aktiviert werden. Und das Negative, Blockierende, Einschränkende fällt weg. Und die Welt vor dir wird weiter, wird klarer. Und du spürst, dass der Tanz des Lebens, dieses unendliche Lebensenergie, dass du da Teil von diesem Tanz bist. Und Teil der Unendlichkeit. Und in diesem Augenblick öffnet sich auch dein Unterbewusstsein, dein Nabelschakra darf sich da öffnen. Und darf alle Zweifel und Sorgen um die Endlichkeit lösen. Etwas tief in dir erinnert sich daran, dass du unendlich bist. Nicht deine Gedanken sind unendlich. Nicht deine Gefühle sind unendlich. Etwas jenseits von Gedanken und Gefühlen ist unendlich. Und auch etwas jenseits deines Körpers ist unendlich. Und du spürst, dass dieses Unendliche sich durch dich und in dir manifestiert. Alles rund um dich wird zu einem Spiel. Alles rund um dich wird leichter, öffnet sich. Und du spürst, dass du einen alten, erschöpften Teil von dir abstreifst. Alte Verletzungen fallen von dir ab. Und du kommst absolut in deine Kraft, in deine Mitte. Erlaube dir nun, an das Ewige zu denken und das Ewige zu fühlen. Meine Gedanken und mein Herz mögen sich dem Ewigen zuwenden. Und das bedeutet Abschied von deiner kleinlichen Identität, von deinem kleinlichen Verwicklungen und Verstricktsein. Das bedeutet ein tiefes Loslassen. Und atme jetzt mal tief ein. Und wieder aus. Und spüre jetzt mal, wo bist du verletzter. Bist du verletzter in deinem Denken oder in deinem Fühlen? Bist du verletzter in deinem Kopf oder in deinem Herzen? Einer dieser Pole wird dir jetzt angezeigt. Dein Herz oder dein Kopf. Und dort darf jetzt Heilung einfließen. Heilung fließt in dein Herz oder in deinen Kopf. Und wenn du das Gefühl hast, dass beide Teile etwas brauchen, dann erlaube einfach, dass beide Teile wirklich jetzt zusammengefügt und geheilt werden. Und es dürfen nun Tugenden wie Geduld, Kraft, Ausdauer in dich einfließen. Denn im Unendlichen geht alles viel leichter als hier auf Erden. Und vielleicht verletzt oder enttäuscht dich da was, dass da etwas nicht so leicht geht, wie von deinem Inneren aus gewohnt. Und du spürst, dass du klarer wirst. Und du spürst, dass Heilung in dich einfließt. Sowohl in deinem Kopf als auch in deinem Herzen oder nur in den Kopf oder nur ins Herz. Und der tiefe kindliche Wunsch, dass einfach alles gut ist, dass es für alle passt, dass es allen gut geht, auch der darf nun ans Unendliche übergeben werden. Denn in der Unendlichkeit geht es jedem gut. Und du wirst frei davon. Und durch diese Freiheit heilt sich auch automatisch dein Freiraum, also die Abgrenzung zu anderen. Du spürst Inspiration in dich einfließen und du spürst dein Herz heiler werden. Und du spürst auch deinen Freiraum, dass du zentriert bist. Dass du in deiner Mitte bist. Dass sämtliche Blockaden, alle Ebenen, wo du feststeckst, in Bewegung kommen können. Schocks, Traumata lösen sich. Und du spürst und aus dir heraus fließt jetzt Erdung tief ins Zentrum. Und diese Erdenkraft entfernt Stress, Entzündungen, aufgestaute Energie. Dein gesamter Körper wird nun flexibler und du spürst, dass der Frieden und die Klarheit und die Heilung sich auch in deinem Leben manifestieren können. Atme mal tief ein und wieder aus und lass mal diese Heilung durch dich hindurch fließen. Von der geistig-göttlichen Welt durch deinen Kanal der Klarheit hinab in dein Becken, durch deine Hüfte, durch deine Beine und durch das Wurzelschakra in die Erde hinein manifestiert sich jetzt das Wunder der Unendlichkeit. Und alles, was du um dich gesammelt hast, darf jetzt abfließen. Alles, was du nicht mehr brauchst, und du spürst, dass du frei bist. Du spürst, dass du klar bist. Und es ist fast so, als hättest du ein weißes Gewandern, also du bist tief gereinigt und neu ausgerichtet, sodass ein Neubeginn möglich ist. und du atmest noch mal tief ein und wieder aus. Und spür jetzt mal Dankbarkeit, die in dir aufsteigt und bedank dich mal bei der geistigen Welt für die Unterstützung und Hilfe. Und spür die Leichtigkeit, die Freude und die Klarheit. Und du atmest tief ein und wieder aus. Nochmal tief ein und wieder aus. Und du spürst deine angenehme Weite und Klarheit in dir. Und wieder aus. Und bevor du jetzt in dein Alltagsbewusstsein zurückkehrst, erlaube dir noch einmal, alles, was dich in der Vergangenheit hält, sämtliche Selbstworkouts, sämtliche Manipulationen auf allen Ebenen zu lösen. Der materiellen, der emotionalen Ebene, deiner unbewussten Ebene, deiner Herzensebene, deiner Handlungsebene, deiner Intuition. und auf der Ebene deiner Gedanken. Und auch auf der Ebene deines Körpers. Und du spürst, dass sich dieses Selbstpakot noch einmal löst. und du atmest tief ein und wieder aus. Bedankst dich noch einmal bei der geistigen Welt. Streckst dich durch. Bewegst deine Arme und Beine und kommst dann in deinem Tempo ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück. Öffnest deine Augen. Beweg dich noch einmal durch und komm ganz im Hier und Jetzt an und fühl einfach noch einmal nach. Wie ist es dir bei der Meditation gegangen? Ich bin gespannt auf deine Erfahrungen. Schreib es mir gerne in die Kommentare. Das war eine sehr kraftvolle Reinigung, eine sehr kraftvolle Reise. Ja, und ich freue mich wie gesagt auf dein Feedback und wie es dir gegangen ist. Lass mir gerne einen Daumen hoch da. Abonnier den Kanal und wir sehen uns demnächst wieder aus dem wunderschönen Lenz. Dein Oliver Arani. Tschüss, bis nächstes Mal. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Taschenplatz. bei mir essen müssen,